Norddeutscher Rundfunk 2021 Das war doch so klar. Warum? Dein Höllenspiel. Lieber Jan-Erik. Döner mit alles. Ja. Ich glaube, dass ich gleich brechen muss. Das habe ich mir auch erst gedacht. Aber jetzt gucken wir uns das erst mal an. Mein Lieber. Hier sitzt Manni. Und Manni hat ziemlich viel Hunger. Aber er ist auch liebeshungrig. Und er vernascht hier gerade sein Dinner-Döner. Ja. Manni, lass es dir schmecken. Und ihr dürft danach knutschen. Du musst Manni einen 15 Sekunden langen Zungenkuss geben. Nein. Nein. Manni wird sich... Ja, hast du gedacht, ein kleines Bussi oder was? Nee, 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 nee. Machst du das öfter? Du lachst so, Manni. Manni findet dich heiß. Ja. Manni wird sich vorher nicht die Zähne putzen. Dein Lappen muss ganz rein und auch 15 Sekunden lang drin bleiben. Wenn du brechen musst, dann nimm bitte zuerst den Mund von Manni weg. Weil Manni ist wirklich ein ganz Lieber. Ja. Wenn du es schaffst, hast du 5000 Euro. Willst du knutschen oder bist du raus und fällst zurück auf 1000 Euro? Ganz locker. Ganz locker. Stevie sagt ganz locker. Wir sind in der Hölle, mein Lieber. Wir sind in der Hölle. Ich will es natürlich nicht, aber es geht um viel Geld. Alter. Es hat dich niemand gezwungen. Das stimmt. Aber... Und Manni hat richtig Lust auf einen knackigen Toyboy. Er hat schon so ein Strahlen in den Augen. Ich seh das schon. Ja Manni, komm her. Ihr wartet aber noch ein bisschen, ne? Ihr könnt euch erst mal angucken. Guckt euch mal verliebt in die Augen. Ich starte das Spiel und dann laufen die 15 Sekunden. Und ich finde, die Knoblauchsoße im Bad steht eben hervorragend. Die kannst du ihm abschlecken, wenn du möchtest. Ach, du bist aber süß. Das Spiel startet... Oh Manni. Komm Manni. Ich schluck erst mal runter. Ne, ne. Alles gut. Das Spiel startet jetzt. 15 Sekunden mit Zunge. Los geht's. The kiss of death. Vier, drei, zwei, eins. Sehr gut. Und Manni, hat der eklig geschmeckt? Guckt mal her, ihr zwei Turteltäubchen. Mensch, Manni hat's gefallen, das ist die Hauptsache, ne? Wie hat's dir denn, also nicht wie hat's dir gefallen, aber wie hat's geschmeckt vielleicht? Tzatziki. Hauch ihn mal an. Tzatziki und ein Hauch von Zwiebel. Ja, du kannst eigentlich auch nach Hause fahren. Ne, tut er nicht. 5000 Euro hat Jan-Erik abgeräumt damit. Und wir spielen jetzt weiter in der nächsten Runde. Einen riesengroßen Applaus natürlich auch für Manni. Selbe Manni, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss Evelyn. Macht's gut. Man klebt auch überall, ne? Es klebt alles.